So, schloss, okay, gut geht's! Goodbye, the world! Goodbye, the world! Goodbye, the world! Musik Applaus 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 Can you raise your two hands to the Lord? Can you say, I will live far. In the name of Jesus, enter into covenant with us and our families. Can you say, I will live far from generation to generation. To make the blessings arise from this family. To make the blessings arise from this church. To water and to bless our families. And our generations and our nations forever and ever. Mit unseren Gäbernations und unser Nationen und unsere Nationen Entrennt in der Kovenanz mit euch, für die Zeit unserer Leben. Der Taglippid ist ja jemanden und die Leute zur Arbeit. Will ich Sie aufwachen? Ich begrüße Sie, Sie unseren König und der sich Ihr König und über uns. Der Taglipp ist ja jemanden, und der sich die König der König de uns sammelt. Wir sind unser König und unser König immer noch nie. Der Taglipp ist ja mal wieder in der Welt. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus Christ's name, our Savior. Somebody say, Amen. Just before you sit down. Can you say, Dear Father, Heavenly Father. Let our iniquities not condemn us before you. Let our iniquities not condemn us before you. We confess the sins of our fathers. We confess the sins of our fathers. The sins of our children. The sins of our fathers. Black Mary, yes. Black Mary, yes. Black Mary, yes. Our rulers and our lands. 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 Today, in this first day. Today, in this first day. We ask that you forgive the land. And take away our iniquities from us. And take away our iniquities from us. We repent for every evil we have done. . We invite your Holy Spirit. Destroy all forms of witchcraft and souls. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. In Jesus' name we receive this blessing today. Amen. Just a few whose knees are not beating you, I would want you to kneel down. But if by the virtue of age, you cannot kneel down or remain standing. Only for those who have knee problems or very old, they can stand up. But those of you who can kneel down all over the congregation. Can we go on our knees? Only those who have knee problems or very old, they can stand up. But those of you who can kneel down all over the congregation, can we go on our knees? 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 We give you the life of this cathedral. That in the name of Jesus, you will take over and rule over it for us. You will take the devil. According to your word. Set up the thrones of judgment of the house of David here. And from this place, rule over the nations. Judge in righteousness over our families. Exercise with justice with our families. Call upon your name in misgesch跡. You will answer them. Call upon your name in mischief, you will answer them. The devourer will not steal from our lives. Der Luki der Vore wird nicht verletzt. Our enemies will not overcome us. Sicknesses and diseases will not kill us. Die Krankheit will not kill us. Today, if any man be sick, or any man be troubled, if they call upon your name, answer them in this place. Today, from this place, protect our lives and our families. This is a covenant we make with you now and forevermore. Let this covenant dwell in this house in Jesus. This house in the name of Jesus. And the people of God that make this covenant will say Amen. The people of God that make this covenant will say Amen. The people of God that make this covenant will say Amen. Amen. Therefore today Lord on behalf of the people in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. I am always here to pray for a few years of Jesus. Amen. 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 Conseferte dieser Altar als das Heilige der Heiligen. Der Heilige Ort, der Heilige. Als das Heilige Ort, der Heilige Ort. Als das Heilige Ort, der Heilige Ort. In der Name der Gott, der Vater. Auf der Namen der Pferde. Unlock die Gäste und die Kraft der Leben über diese Altar. In the name of God, the Son, from the four ends of the earth, release your angels that keep the earth, to station themselves in this place and take care of this house. In the name of God, the Holy Spirit, let the Holy Spirit indwell this habitation. That by signs and wonders, you will show yourself strong on behalf of the church. If anyone be in trouble and runs into this house, serving my God, is afflicted by strange diseases, or is buried, lie on this altar, hear their cry and give them their miracles. None shall call upon you here, and go empty-handed, in the name of Jesus. If a plague shall come upon the land, and your people shall call upon your name, let the plague be removed. And what is this path? Today, in the name of Jesus, let your spirit come alive from this altar, and fill this house with your glory. with you, God will move away from eternity. This is the headquarter house. This is the headquarters house. For the Redeemed Church in the Sahel, for the Redeemed Church in the Sahel. In the name of Jesus For the sake of this house There shall be no affliction in the land You will protect the covenant over Cameroon And you will keep your promises All those who call upon you and their families If a stranger shall come from the ends of the earth to serve you here You will hear the voice of the stranger So that they may know that the Lord reigneth in the kingdom of men Have mercy on both the righteous and the unrighteous And by love convert all to you This altar shall be called the place of salvation From this place cover our mission field And let the harvest of the final days harvest Let the covenant of the final days harvest dwell in this house Everybody say in Jesus Christ's name And the people say amen And the people say amen I want you to stand up on your feet I want you to stand up on your feet Let's stand up on your feet I want you to stand up on your feet Ich würde ihm sagen, du bist nicht unter and慣st. Besser shall du wenn du, wenn du und weg bist. In every place you will ent- You be held and you will not be taken. You will be on top and be below. Your life shall be fruitful. Your habits shall be pretty. The glory of the Lord shall feel everywhere you enter. You will be blessed by all the nations of the earth. The spirit of the Lord shall establish you as kings in your domain. The spirit of the Lord shall establish you as kings in your domain. You will eat and drink in the name of Jesus. Therefore today I declare this sanctuary. The sanctuary of blessing. The sanctuary of grace. The city of refuge. And declare the dwelling of the Lord. In the name of God the Father. God the Son. And God the Holy Spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And all the people will say Amen. Let us begin to dance and rejoice. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Can you raise your two hands? Can you raise your two hands? Can you and your wives say before the Lord Heavenly Father? No or. Can you raise your two hands up to live? No not my child. Cause I might call you as high. Call your full names after the eye. And call your full name after the eye. Call your full names. Your name again. In the name of Jesus I separate myself today from my father, my people, my people, to be married to you in service, to be used by you to heal the nations of the earth, to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Therefore today, I willingly submit myself to be ordained. For your service as a servant. For our and forevermore. Now and forever. In Jesus' name. In the name of Jesus. Yes. Lay down on your knees. Can you say today? What can you say today? I consecrate myself. I consecrate myself to serve in your life as a pastor. I consecrate myself to serve in your life as a prophet. I consecrate myself to serve as an evangelist. I consecrate myself to your people. Today in the name of Jesus. Today in the name of Jesus. Today in the name of Jesus. My heavenly father. My Lord my holy holy. Give me your holy spirit. And, when I enter into this peacey vows with you. Pendant que j'entre dans cette alliance, dans ce vœu de prästrisme, Give me your Holy Spirit. 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 That it is no longer I. That it is no longer I. That lives in this flesh. That it is no longer I. May be a sonitin. In the name of Jesus. So come into my heart. And anoint me with the priesthood of Melchizedek. And the priesthood of your Holy Son. And the priesthood of your Fils. Jesus Christ, my Savior. Jesus Christ, my Savior. With the signs and wonders that followed him. And the blessings that came upon the church. And the blessings that came upon the church. That by me, the whole world might be changed to serve you. Afin que par moi, le monde entier soit sauvé. And the love of Christ might be made known to everyone. And that the love of Christ might be made known to everyone. That I might teach the gospel without fear. Afin que je puisse priecer cet évangile sans crainte. Therefore, today, I vow before you. To preach your word in season and out of season. To preach your word in season and out of season. To manifest the love of Christ. To manifest the love of Christ. To both Christians and non-Christians. For the Christians and non-Christians. And to be a profitable messenger. And to be a profitable messenger. Of the New Testament covenant in the blood of Jesus. Of the New Testament covenant in the blood of Jesus. This is the oath I make today. This is the covenant I make with you. This is the covenant I make with you. This is the covenant I make with you. But I will serve you unto death. Afin de te servir jusqu'à la mort. Do you accept this office and responsibility? Do you take a vow to be faithful to God? Est-ce que vous prévez un vœu pour être fidèle à Dieu? Servir sans crainte. Sans injustice. Servir les chrétiens et les non-chrétiens. Manifestant l'amour de Christ partout où vous entrez. If anyone in your congregation is missing. To look for that one and restore that one. And to seek the lost and to save the lost. And to seek the lost and save the lost. To reconcile the lost. To reconcile families. Reconcilier les familles. And sustain the home. And to soutenir les familles. Which is the foundation of the church. Parce que ça c'est la fondation. Do you promise to be a shepherd to all? Est-ce que vous promettez être berger pour ces hommes? If you promise, can you raise your right hand? Et s'il vous plaît, est-ce que vous êtes prêts à la chine droite? Et disant aujourd'hui? I vow. Je pense que. Je promets. And I submit by the grace of God. Et je me soumets par la grâce de Dieu. Par le biais du Saint-Esprit. To fulfill this ordinance of God on earth. Pour accomplir ces ordonnances de Dieu sur la terre. As it is in heaven. Quand cela est fait dans la chine. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Can you give me that whole affair? The heavens has borne witness. Le ciel a pris acte et témoin. Before I send you out, they will wash your feet. But I want to consecrate you first. Avant de vous envoyer, je vais laver vos pieds. Mais je vous conserve d'abord. My father, your spirit is the witness today. Mon père, ton esprit est témoin. And today, before God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Devant Dieu et le Saint-Esprit. I am noint you into Christ's service now. Dans une séparation sainte. Teach us my own and forgive. That as God is, so are you in the earth. Comme Dieu est, comme ça tu seras sur la terre. Don't ask me, don't ask me, don't ask me, don't ask me. And therefore, I am noint you unto him as his priest. Je dois, je dois en lui en tant que sacrificateur. Un oracle sacré pour Dieu. Un oracle sacré pour Dieu. Un oracle sacré pour Dieu. Pour servir dans sa vigne en tant que serviteur. Avec tous les privilèges qui viennent, qui suivent. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je dois en tant que serviteur. Je dois en tant que serviteur. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom de Dieu. 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 Hallelujah. Amen. Alleluia. Pour tous les disciples que Jésus a envoyés, il a lavé leurs pieds. Je sais qu'il a fait pour les premiers disciples. Et certains d'entre nous avons hérité cette tradition. De la même manière que vos pieds ont été lavés aujourd'hui. Allez et servez les autres. Nous vous envoyons comme serviteurs. Vous essuerez les larmes de leurs yeux. Vous allez les habiller de gloire. Vous n'allez pas vous reposer tant qu'ils ne sont pas restés. Vous serez appelés les bénis de l'Eternel. Alors, la leçon derrière le lavage des pieds. C'est que comme Christ a lavé nos pieds. Et nous allons aussi le faire pour les autres. Et les servir. Et les servir. Et servir les nations. Et servir le gouvernement. Avec la joie et l'amour. Parce que vous avez rempli les conditions bibliques. Et vous avez fait une formation théologique. Aujourd'hui, on behalf of the board of trustees. Et moi, aujourd'hui, pour le compte des marques d'exécutifs. Pour les ministres internationales au Nigeria. Et pour les directeurs de bord. Pour la mission de redemptrice du Sahel. Pour le compte des directeurs. Je vous ordonne dans l'église. ou l'église en pages duinge Taillons. Je vous impose et l'église dans l'église. Je vous ordonne dans l'église des audiences. Pendant du ministres podcast et pr bishop de Dieu, J'aimer sur le nói. Pour la commande de Dieu vafe au nom de Dieu au Père. En l'église du Père. En l'église du Père. Du Modus et du duo interçonnt. En la XXR에. Therefore, I declare that blessings shall you be when you go out. Je declare que pendant que vous soyez, que vous êtes bénis, et quand vous entrez... This, your hands, shall be signs and wonders. Your hands shall be signs and wonders. Your minds shall not be signs and wonders. Your lives will not fail you. Your lives will not fail you. The Spirit of the Lord will sustain you. The Spirit of the Lord will sustain you. The Spirit of the Lord will defend you all the days of your life. The Spirit of the Lord will defend you all the days of your life. Today, I release you in the power of God. Je vous relâche à la puissance de Dieu. Partout, la plate de vos pieds touchera. Cet roi vous serez donné. Vous allez bénir et conquérir les grands rois. Et tout ce qui vous béniront sera béni. Et je vous maudis tout ce qui vous maudira. Je vous bénis. Au bruit du sang, ce rédivination ne prosperera sur vous. La Bible dit que vous recevrez la puissance. Quand le Seigneur expliquera sur vous. Et vous serez mes témoins. Le Seigneur expliquera sur vous. Et la Saint-Marie jusqu'au ciel, vous êtes en guerre. Au nom de Chien. Receive le pouvoir de la nation. La seule puissance est la nation. Receive la puissance est la nation. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. 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 Lève-toi et va et reprends la conquête du monde. La main de l'Eternel est sur vous. Vous les signes et les prodiges. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Don't, wives, stand by your husbands and just hold the hand of your husbands. You can remove those chairs now. You're coming with them. Just hold your husbands. Now we are going. Therefore, today, I am going to go. I cast the garment of your husband upon you now. I cast you into the holy priesthood with your husband. Je t'airoi, je t'airoi, j'airoi, j'airoi. In the name of Jesus. Whatever you disallow in your house is disallowed in heaven. I release power into the mouth of the wives. Je vais le lâcher, je vais le lâcher, la puissance, la la riche des femmes. To rule over the heavens and the earth on behalf of their husbands. Je t'airoi, j'airoi, j'airoi, j'airoi. Je t'airoi, j'airoi, j'airoi. Your house will never be exposed. Votre maison ne seront pas exposée. Your glory will never fade. Votre loi ne valera point. Therefore, let God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Que Dieu le perd, le fils et le saint et l'esprit. Rest upon your marriage and make it the blessing of heaven. Repose sur vos mariages et vos mariages soient bénignies. Your house shall be called the house of the Lord. And your glory shall rule over other houses. And your light will never diminish. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. I bless you before the heavens and the earth. From now, your life shall answer only to God and to God alone. To him, no man has power of rulership over you. No man has power of rulership over you. Like the Almighty Creator. Like the Almighty Creator. In Jesus' name do I commit your spirit and soul. In the name of Jesus. In the hands of the Lord. Go and be signs and wonders. Go and be signs and wonders. In Jesus' name, I pray. In the name of Jesus. And the people say, Amen. I pray, Amen. In der Bibel von Gott. Nothing shall be able to withstand you. Your word shall go in fire and in hell. Your parents will be able to go in fire and in hell. And in the power of the Holy Ghost. And in the power of the Holy Ghost. Will you rule over the nations of the world? Go and be fruitful. In Jesus' name. And the congregation put your hands there. Today I present to you your latest pastors. Ich wünsche euch die Apostel, dass der Seigneur die Valle des Camerouns bespricht. Der Seigneur will nicht die Valle des Camerouns bespricht. Votre Gloire will never die Menschen nicht. Votre Gloire will never die Menschen nicht. Du bist du König? Du bist der König? Du bist du König? Du bist du König? Und ich habe auch die Verrugation. Ich entdecke dir die Verrugation. Amen! Seien wir wieder zu den listen, wenn wir Jede sind, Wenn er ein続 ist, den Ball zum Seiten der Musik eine Teil der nationalen ist denn eine Teil der über die Strecke ist das auch ein und die Klamagne ist das auch ein Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein. Jesus sagt, dass man wieder geboren wird. Die Bibel sagt, dass man sich nicht wiederum will, dass man eine Eternelle Welt nicht mehr kann. Er wird nicht mehr Eternein sein. Jesus sagt in der Bibelkongressen, ich stand in der Tür des Häusch und ich klicke. In der Bibelkongressen, ich bin in der Tür zu der Tür. Wenn Jesus mir in die Tür kommt, wenn du mir in die Tür öffnetst, wenn du mir in die Tür öffnetst, Ton coeur, il entrera et il souffera avec toi. Father, we want to thank you for today. You are the God of miracles. Today I ask. Today I ask. Set up your thrones and your altars of miracles. Bâtir ton hotel et ton thrones de miracles. Everyone who can be here Wenn ich jemanden bin, mit einem Trouble oder Wettbewerb, wenn ich bin der Savante von Gott und ein true High Priest des Mesthersches, wenn ich mit deinen Händen habe, wir haben so viele Miracles gesehen, wenn wir mit deinen Händen haben, wir haben so viele Miracles gesehen, wenn wir mit deinen Händen haben, in dem Namen von Jesus, ich versuche den Spiritus hinter dem Trouble zu leben, und dason ich fuhre von ihm auf meinen Händen habe, ich erbüte diesen Händen in Jesus, Amen! Ich will jetzt, dass jemand Jiечь hecht, Amen! Kannst du auf die Hände und die Hände geben, und von uns mit dem Hände gehen, der Vater wird alle zurückgeRISt. Demande au Père d'enlever tout fardot And take away all your troubles Qu'il enleve tout fardot et qu'il enleve tout problème Demande au Seigneur de relâcher son esprit dans cela Demande au Seigneur de relâcher son esprit dans le Père d'enlever In Jesus' Name And you didn't hear somebody say Amen Amen Sit down, I want to read just one scripture And then I will take my seat I want to read just one scripture I want to read just one scripture And that is in the book of Zachariah Chapter 3 Verses 1 and 2 Then he showed me Joshua the high priest And he was standing before the angel of the Lord mit Satan stand in at his right side to accuse him are you here today and all your life you have suffered that is why God created this sanctuary so that you can bring your problems to him and he will meet you here and heal you this Joshua is supposed to be a servant of God this Joshua is supposed to be a servant of God but Satan was standing to accuse him there is none of us that does not have trouble in their lives all of us have problems in our lives and Joshua also had problems in his life the question is who is behind you to help you out of your problems the question is the following who is behind you to help you out of your problems must have a secret behind it everyone should see someone behind you and all major religions are aware that Jesus has made miracles and he decided to hide his life under Jesus and he decided to hide his life under Jesus and he said if you did miracles for everybody I hand over my life for you do the miracle for me too I will help you out of your life become my medicine man everybody must have a secret that protects him everyone must have a secret that protects him because this world is a wicked world because this world is a wicked world because this world is a very méchant world it was very strong and strong and strong this was a priest like me Joshua was a sacrificer like me Joshua was stressed like this in his priest's gigamen he was stressed like this in his priest's gigamen Satan should be afraid of me Satan is afraid of me and I tell you the truth, Satan is afraid of me Joshua is afraid of me otherwise you can try me tonight and see whether you will die this night I don't know of Cameroon but there is a Jewish craft in Nigeria too Spirits that walk the earth the souls who march through the earth more than 7 times they have come into our camp to kill me physically and decoud more than 7 times they have come into our camp to kill me physically and decoud more than 7 times they have tentative to kill me physically La Bible says and Satan rose up to accuse the priest Die Bibel sagt, dass Satan sich um Jesus zu verabschieden hat. Es gibt keinen besseren Eindruck als Satan. Es gibt keinen besseren Eindruck als Satan selbst. Es gibt keinen besseren Eindruck als Satan. Es gibt keinen Mann ohne Probleme, sogar die Priester haben. Die Bibel sagt, dass wenn Gott für uns ist, wer kann uns gegen uns? Aber die Bibel sagt, dass wenn Gott für uns ist, wer kann uns gegen uns? Dieser Dämon ist nicht verabschiedet. Ich möchte Sie fragen, wer hat Satan selbst erschaffen? Wer hat Satan selbst erschaffen? Wenn Gott für uns ist, wer kann uns gegen uns? Der Bibel sagt, Wer der Bibel sagt, wer die Name des Herrn, der Gott be Bat! Wer will sagen, wer will, wer wird, wer wird. Wer will der Bibel give. Wer will der Bibel geben. Wer will der Bibel geven. Es ist seine Religion. Es ist egal, ob er ist tall oder short. Es ist egal, ob er sei, ob er sei. Es ist egal, ob er sei. Er ist egal, ob er sei. Der Tief in der Hand von Jesus Christus. Er ist der Tief in der Hand von Jesus Christus. Er ist ein schöner Tief. Er war ein Pratumpion. Er war ein national Tief. dumm! Eicem alle wissen dass diese Tief. Das balanced Tief! Manche. somur? There was no difference. A laufthodik, he paddles, won't say it. He repented before the cross. La Bibliotha pas dite qu'il s'est repenti devant la cross. Ben, de Padre de Moura, Kaua, kam, 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 kam. He cried out to Jesus who was at their feet and at their center. He cried out to Jesus who was at the center. He cried to Jesus who was at their feet and at their center. He cried to Jesus Die Bibel sagt in den Bibel des Romans, Die Bibel sagt in den Versuchungen, Wer wird die Eier der Heiligen? Wer wird die Eier der Heiligen? Wer wird die Eier der Heiligen? Wenn jemand in Christen gegeben hat, wenn jemand in Christen ist, wer kann das Heiligen? Wer kann das Heiligen? Wer kann das Heiligen? Gott wird das Heiligen. Gott wird das Heiligen. Ihr hört jemandem sagen es. All das Musik von유를 suche der Heiligen. Das ist alles, was er erneutte Niemals. All das er in Jesus geblesse war, in diesem Person hat es ihm gebeten, was er nicht von mir. Das einzigte Menschen, Das alte Mann, die nicht woanders, das alles, was er an den Hosen war, gab es einen Fanat. Die Bibel sagt, du hast du souffert, denn du hast du nie angeschaut. Die Bibel sagt, du hast du souffert, denn du hast du nie angeschaut. Und der Muslime ist auf dem Zimmer nicht zu fragen. Er war im Trouble unter dem Gouvernement. Ich wusste nicht, dass er ein Musulm war. Ich wusste nicht, dass er ein Musulmann war. Er sagte, er hat sich zu sagen, ich bin der Pastor von diesem Ort. Er sagte, ich bin der Pastor von diesem Ort. Er ging zum Muslim. Er ging zum Muslim. Er sagte, dass er den Bundeslern auf dem Ort. Er sagte, du bist du Herr. he said we are the proprietors of this place I said yes I said yes he said I am working, I am on official duty to Kavancham he said I am in service to Kavancham he said I am in service to Kavancham he removed this man and said can you put your hand on my head Ich frage Sie ihn. Ich frage Sie ihn, ich frage Sie zu mir, ich frage Sie. Ich frage Sie ihn, ich frage Sie ihn. Und ich sagte, glaube ich, dass Jesus es dir kann. Und ich sagte, ja. Ja, ja, ja. Präis, präis. Präis, präis. Ich sagte, wir sind zu Ihrer Stonie. Sie sagte, dass es sein soll, nur auf Sie. Jesus hat niemals jemanden. Er hat niemals jemanden. Und zwar, was ich auf der Name von der Lord, der wir lieben sind. Ich habe gesagt... Tonight, wir sind in der Name von Jesus. 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 Ich bin der Präsidenten des Kommission von Muslim und Christensen in meinem Staat. Ich bin der Präsidenten des Kommission des Musulmans und Christen in meinem Staat. Ich bin auf alle. Ich bin auf alle. Ich bin auf alle. Keine discrimination. Ich habe mich verletzt für den Priester heute. Ich bin auf alle. Wenn du ein wahrer Christian ist und dein Herz ist pure. Wenn du ein wahrer Christian ist, dein Herz ist pure. Er will nicht wählen. Wenn du ein wahrer Christian ist, dein Herz ist pure. Wenn du ein wahrer Christian ist, dein Herz ist pure. Er will nicht wählen. Es ist nicht über die Wahrheit oder die Wahrheit. Wenn du ein wahrer Christian ist, dein Herz ist pure. Mein Vater. Show uns ein signer heute. Er will nicht. 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 that crisis disappears in Jesus ades Name. Er will nicht. Ein Gott älteren der Patient haben Amen. J'ai étudié au nord du Nigeria, et je suis Nigerien, il est de Kaduna State, et l'état de Kaduna est un état populaire. J'ai étudié à l'université de Kaduna, mon coche-enri était malade, c'est un musulman, et il m'a envoyé prier chaque nuit. Il m'a envoyé prier pour ceux qui étaient malades, mais moi je ne priais pas pour lui parce qu'il était un musulman. Un jour il m'a regardé, il m'a dit tu es un méchant. Il dit que si tu as la puissance pour guérir, moi je suis avec moi ici. Tu n'as jamais posé la question si tu as la puissance pour guérir. Tu es méchant. La Bible dit que c'est celui qui me peut guérir. Si tu ne pouvais pas guérir, je ne serais pas. Maintenant tu es prêt pour guérir. Est-ce que tu aimerais que je prie pour toi ? Il a dit oui. Je dis que l'amour de Dieu te couvre également. Et cette maladie de douze ans a disparu. J'ai dit non à Jésus. J'ai dit non à Jésus. Jésus. Mais tu comprends, ta bouche en disant, Seigneur, réveille-le, Jésus. Sous-titrage Nus. My house shall be called the house of prayer, all nations, all nations, there is no discrimination, there are extremists, yes, but God has called us to reach out to both the righteous and the unrighteousness. But God has called us to preach to the righteous and to the righteous, to present the love of Christ. And if every man is willing, God cannot reach out to them. If you are available and if you want, God will do the rest. Can you bow your head before the Lord? If you go to verse 2 of that scripture. If you go to verse 2 of this scripture. It says, the Lord said to Satan. The Lord rebuke you, Satan. Even the Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. I want to ask you a question. Is Jerusalem the name of a human being? Is Jerusalem the name of a human being? The answer is no. The answer is no. What is the name of a human being? Is Jerusalem the name of a human being? Is Jerusalem the name of a human being? Is Jerusalem the name of a human being? God saves us and heals us so that we can be useful to our cities and our land. If you are useless to God. You are useless to God. Du bist inutile für Jesus. Whatever you believe in must be relevant. Everything you believe must be relevant. To the land. So it was for the last sake that God delivered the priest. And it was for you to deliver the priest. He says the Lord hebuke you Satan. He says the Lord hebuke you Satan. Jerusalem said. Leave this man alone so that he can search. Today. So that your life can fulfill its destiny on earth. I command every evil spirit. Any agreement of Satan against your life. Let it be broken now. In the name of Jesus. Can you say oh God arise. And let your enemies in my life be scattered. Let your enemies in my house be scattered. In the name of Jesus. You power of darkness. Disappear now. Break out of my life. The God whom I serve rebuke you. For Cameroon's sake. Now I rebuke you Satan. In my life in Jesus name. Can you ever say amen. 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 So the meaning of my exhortation today. Is that God blesses you so that the land can be blessed. Amen. 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 Nur wenn es nicht einfachléfert, sondern ihr bedeutet, dass das unutile ist. Könntest du dich auf ein��� euro? Kannst du dich selbst unseren Hubschrahen? Willst du Gott his erSen de Erde landen kann kümle? Kannst du nicht orizierst sein? Nur wenn es nicht verifikiert, wenn es nicht verifiziert, wenn es nicht verifiziert wird, wenn es nicht verifiziert bzw. Kannst du nicht verifizieren können? Kannst du nicht verifizieren? Kannst du nicht verifizieren, dass es eine Bedürfnisse von Gottes Zolle ansehen? Vielen Dank! Herr, from today, wherever the secret of God is in creation, let it recognize you today and bless you. Ich bin der Mann, ich bin der Mann. Amen. Are you sure you told them the right thing? Because I know your people. If they had the right thing, I know the kind of amen they say. I said if you give them short cut of the right thing. Neste, la reine. God blesses you. So that the man. God has made us bring electricity to villages in Nigeria. Yes. We have done wells for many villages in Nigeria. We have brought medicine to Cameroon here. We have done free operation all over Girgis, Chemtem, all over the places there. We are going to build a small hospital in this compound. We have done a small hospital in this compound. Because when the land is not blessed, you are blessed. Are you a government official? If you are in the government, if you are blessed, then don't you bless us. If you are blessed, you are blessed. That you are not blessed. The reason for being a government official is to bless the land. La raison que tu sois autorité dans un endroit que cet endroit soit béni Therefore, my father, as you open these gates et de la même part que tu le c'est, every one that is present here remember them for good and for blessing and where no one steal your glory from them Thank you, father Now I bless this place and I say from now and forth the voice of the Lord shall not cease to go out from this place to water and to bless the nation's pleasure Lord, I enter into agreement with you I enter into agreement with you, Lord So if I shall call upon the name of the Lord in this place Let them be saved in Jesus' name and the congregation that had this prayer said Amen Ich gebe Ihnen eine Wortmeldung. Ich gebe Ihnen die Antwort auf Sie, bitte. Für die Zähne deinrichtung und die Glocke des Regions des Landes. Ich sage, dass die Leute und die Autorität des Terroirs für alle, die sie geholfen haben. Der Sub-Präfer ist ein Muslim, ich denke. Und ich glaube, ich habe nicht gefragt. Aber er hat uns geholfen, ohne die Discrimination zu haben. Er hat uns geholfen, ohne die Discrimination zu haben. Das ist ein Beispiel von einem zweiten Teil. Das ist ein Beispiel. Und für das, wir sagen, danke. Und für das, wir sagen, danke, Herr. Der Labido hat uns geholfen. Der Labido hat uns geholfen. Der Labido hat uns geholfen. Und unsere Leute kommen in und kommen raus. Der Labido hat uns geholfen. Der Labido hat jemanden geholfen. Der Labido hat uns 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 geholfen. Das ist ein Beispiel von der Verwärmung. Das ist der Exempel von Validorship. Ich beginne mit dem Regierungspräsidenten. Können Sie schreiben, Herr? Before you make your speech here, congratulating us today, we want to start by giving you a gift. In America, they don't love their gifts. In Nigeria, they don't love their gifts. You can open it quickly. And I decided to choose something that will help you serve the government more and serve the people. And the government was an individual to be able to serve the government. And the government will be effective. And so that from here, they can be in Nigeria too. And from here, you can be in Nigeria too. The rest you can take care of later. You can do that. You can do that. You can only limit yourself. Thank you. On behalf of the Mission Redentrice here, Für den Konten der Mission Redentrisse hier, wir presentieren Ihnen dieses Geschenk für Sie in Ihren Arbeit. Wir wollen Ihnen sagen, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Fortunately, I come from the place where an Emiya is my ruler, the Emiya of Jamaa. Heureusement, I come from the place where an Emiya is my ruler, the Emiya of Jamaa. Now, let me tell you the secret. I ask the Emiya of Waziri, to choose for me, the best dress for you. So that when you step out of this place, they will know that a king among kings has come. I told him to choose what the Emiya himself will wear. So that when you step out of this place, you will be able to wear this one. Because you are a Emiya here. Because you are a Emiya here. Because you are a Emiya here. I know who is a Emiya. I know who is a Emiya here. I know who is a Emiya. I'm talking about in Nigeria, they are a Emiya's. If you don't know, you better know. I want you to open this. You came with these shoes here. But you are going to wear your own bow. But you are going to wear our own bow. As you send the people, may the God of heaven close you with grace. My name is Jokal, my name is Jokal, my name is Jokal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind hier in der Tatooine, wir sind hier in der Tatooine, wir sind hier in der Tatooine. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Musik